Oh! Interessiert mich jetzt nicht die Müllkiste. Bernd, was hast du getan? Nichts. Braucht einer von euch noch ein Eisenschwert? Nee, ich hab genug. Bernd, warum? Ich wollte eigentlich nur ein paar machen und für Verzaubern und so, aber das sind ganz schön viele geworden. Wie viele sind es? Bernd, nenn mir die Zahl. 19. 19. 19. Oh, 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 Schärfe. Bist du dir... sicher? Okay, jetzt muss ich wieder bis Level 30 hochfahren. 19... ... 19 Eisenschwerter? Was sollen wir denn damit alles besiegen? Wir haben noch so viel Eisen, ist doch scheißegal. 19. Okay, schön. Willst du ein Eisenschwert haben, was ein bisschen besser ist? Nein, danke. Das hat aber Schärfe 1 und Verbrennung. Ja, ich hab ein Diamantschwert, Bernd. Wir sind nämlich schon auf der Ebene. Ja, das stimmt. Oh, ich musste ja gucken. Scheinst du wohl vergessen zu haben, als du 19 Schwerter gebaut hast? Ey, Franzi, was ist mit der... mit der Kiste links neben der Rumpelkiste? Ist sie auch eine Rumpelkiste? Nein, das war eigentlich meine Kiste für... ...was ich alles brauche für meine Bauten. Aber nimm sie dir ruhig. Um Bullshit da mitzumachen. Bullshit, der mir weh tut. Ich hol mal Banks. Ring, 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 Ring. Bananaphon! Ring, 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 Ring. Bananaphon! Bananaphon! Ah. Ich hab jetzt anders. 1, 2, 3, hier... Oh, warte mal. Scheiß 7, 8. Ich mach sie mit raus. 1, 2, 3. Hang, ganz! Ha, ma. So. Jetzt. 1, 2, 3, 4. Ring, 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 Ring. Bananaphon! 1, 2, 3, 4. Ring, 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 Ring. Bananaphon! Eins, zwei, drei, vier Du darfst nicht singen, Franzi, weißt du das noch? Die Regel hast du selber aufgestellt Ich mag die Regel nicht Äh, ich brauch Level Das sieht seltsam aus Niemand ein Schärfe-1-Eisenschwert? Nein, Bernd, niemand möchte ein Schwerter Und Verbrennung 1, also nein, brauch ich nicht Oh, das sieht cool aus hier, Franzi Nein Ich hab nicht genug Was denn? Redstone? Kann ich dir besorgen, ich geh fahr' Nee, 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 ich hab nicht genug Bücherregale Oh Oh, die kann ich leider nicht besorgen Ring, 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 ring Wobei, die könnte ich sogar machen, dann könnte ich die Kühe paaren lassen Was? Bananaphone Bananaphone Ring, ring, ring Ja Gut, ähm, ich überleg gerade, wie ich hier die Fenster mache Ich denke, so ist es okay Ring, ring, ring Oh, hier sind ja immer die Bücher, ne? Ring, 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 ring Ich kann irgendwie keine Tür mehr platzieren, warum nicht? Keine was? Keine Tür kann ich platzieren Was David immer alles nicht platzieren kann! Hm So simple Sachen? Nee, ich kann die nirgendwo mehr setzen Hab ich irgendwie gerade ein Disco, oder was? Nö Gib mal Bernd die Tür, guck mal, ob Bernd das kann Hm, das liegt wohl daran, wo ich sie setzen will Bernd, kannst du sie setzen? Ich weiß nicht, wo David ist Ja, bei seinem Haus Ja, ups Das ist alles nicht so einfach Alles nicht so einfach Da ist David, so Dann lass mal sehen, David Ring, ring, ring Bananaphone Es wär super lieb, wenn ihr das Problem gelöst habt Wenn einer von euch Mir Das geht's Ähm Ich hab das Problem gelöst Steine bringen könntet Also diese Wie viele? Diese Stonebricks da Okay, ja, okay, dann kann ich Steine Möchten noch welche drin sein, aber Vielleicht musst du auch welche backen noch Ja, ich back sowieso welche, dann kann ich die rausnehmen So retarded an, wenn ich das so sage So, in allen sechs Öffnen ist jetzt ein Stick Stein Ja, gut Also wir haben noch ein Stone, ein Steinziegel haben wir noch Gut, das ist jetzt nicht so viel, wie ich erwartet und gehofft hatte Warte, da ist noch ein bisschen Rohrstein Jippie, Rohrstein Also wir haben 25 Gibst du mir die noch? Das wär ganz nett Sogar ein bisschen mehr Wir haben 29 Oh Hab ich jetzt den Enderman angeguckt? Ich hoffe nicht, weil ich hab jetzt echt keine Zeit für den Für den und seine Spirenzchen da Die Spirenzchen Ich glaub den Volllevel Klapp den mal Also mir geht das Holz echt aus, ich hab kein Holz mehr Ich hab doch drei Stacks Holz geformt Ah Ähm Holz Ich mach alles schon Holz, ja, äh, muss ich noch Dings machen Oder krieg ich das? Muss ich noch Holz draus machen? Ah, so funktioniert das Da liegts, ne? Da liegts, ne? Ja, sehr gern Hui Sooo Gut Brauch ich dich nur noch 3000 Bücherregale Hm, wer braucht die nicht? Ich brauch auch noch ein paar Bücher Kann man Leder noch irgendwie anders herstellen? Durch Pferde, ne? Pferdeschlachten kann man auch Leder, aber das bringt's ja nicht Was? Man, die Pferde Ja, und durch Kaninchen Bernd Felix wird in Ruhe gelassen Du hast Maria ermordet, nicht ich Hast du immer wieder da mit Hochkombus? Warum machst du das? Aua Marie Hihi Hihi Ah Hihi Hihi Schlafe Marie Schlafe jetzt rein Lass mich nicht singen Da hast du recht Ich hab überhaupt gar nichts mehr in meinem Invental, was ich brauch Oh, ich sollte mal aufhören, die Hand runterzufallen Ich hab nur noch drei Herzen Mein Gott, David Äh Nein Ich hab auch keinen Quarz mehr Ich hab grad noch was geholt Wirklich? Ja, nicht viel, aber ein bisschen hab ich geholt gerade Okay, vier Blöcke hab ich noch Das wird mein Leben retten Das wird Der Hammer Ich bin grad voll Was ist denn? Ich hab Was macht der Pfeil da? So Du hast diese Kistenregel aufgestellt, Franzen Ja, du hast die Zeit, aber in die Nicht-Kiste gelegt Dann war das vorher schon Oh Gott, ich bin voll fertig Hast du gemacht? Ich muss grad so, ich muss grad so mein Brain anstrengen Ups Was machst du denn so? Oh Gott Was war dies für ein absolut tödliches Geräusch? Was denn? Es war nah Es war gruselig Es war hinter mir Wahrscheinlich die Endermel, die ich gerade geholt habe mit meinem Brennschwert Oh mein Gott Jesus Steh uns bei Naja, ich mach mal kurz noch keine Arbeitspause Ja, genau den Button wollte ich machen Danke Mann, ich hab keinen Quarz mehr Oh Das war ein Fram, welches Nein Mhm Oh, jetzt hab ich mich reingefügt Du hast meinen Club geschlossen? Hölle Inimiert Sehr Alter Das ist echt hart Ja, aber du baust doch ne Mühle, oder? Ja Und wieso bist du davon komplett ausgenommen? Genau Weil ich schon nie so ein krasses Gebäude gebaut habe Gucci Nein, meine Spitzhacke ist kaputt gegangen Und jetzt werde ich von zwei Villager Zombies geschlachtet Lass ihr Leben Okay Dann hol ich jetzt den Goldabschwert Bringst du mein Schwert mit? Äh, meine andere Spitzhacke, die da vielleicht noch ist In meiner Kiste, in der wo du dachtest, dass du da auch was reingeschmeißen darfst Sofort Wenn nicht, dann nimm einfach irgendeine, die nicht Silk Touch ist aus der Kiste Moment Ich werde verprügelt werden Ich werde verprügelt werden Ja, ich muss erst mal den Gold abgemachen Wo bist du? Wo bist du? Der hat mich angezündet So ein Böser Da So guck mal, dass wirklich funktioniert Funktioniert der Spitze, warum greift der mich ja nicht an? Äh, mich lief Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle Was machst du denn, David? Also was passt du nicht so, wie du es gerne hättest? Ja, weil das Gebäude jetzt allgemein kleiner ist als die Vorlage, die ich benutze Kenne ich auch Aber bis jetzt klappt es einigermaßen, weil ja, ob es am Ende gut aussieht Da kannst du mal gucken, was bis jetzt schon passiert ist Ich mach' das mal eine Mühle werden Der Windmühle Irgendwann mal In 3000 Jahren So, dann holen wir jetzt mal den Stein aus dem So lange spielen wir Unendlich Vorrat Er macht noch nicht zu Briggs, ja, den Stein Ich vornehme jetzt keine Briggs mehr, sondern diese Kleinen da Diese Stone Slabs Und davon auch nicht mehr so viele Bin glaub' ich jetzt gleich fertig mit dem Dach Ein paar Mal brauchen wir Wirf sie hoch, okay, weil ich bin auf dem Dach Ich hab noch gar nichts gemacht So Gut, das brauch' ich nicht mehr Ich brauch' noch ein Buch mit Schärfe 2 Ich hol' jetzt nochmal Cool Rötze und Fackeln und Rötze und Fackeln und Feiltüren Rötze und Fackeln und Feiltüren Rötze und Fackeln Feiltüren Rötze und Fackeln Feiltüren Rötze und Fackeln Feiltüren Boah, ich bin Schiff Ich danke, weil ich müde Guck mir gleich dein Ding an, David Ich guck mich jetzt auch David zum Müde an G Beijing Können wir ganz kurz hier den Shit formeln Wird'n bisschen kleiner Aber hey Auch genau sechs, fünf Stück So, die nehme ich mit. Die packe ich ein. Ihr kommt hier hin. Oh, hier sind ja auch noch mal vier. Toll. Äh, 135 brauche ich bitte zum Mitnehmen. Du bist da einsortiert. Wirklich noch einen Quarzblock über? Echt jetzt? Das ist krass. Ähm, Kiste. Glowstone packe ich mal hier mit rein. Also in der Vorlage sind die, ähm, der Ventilator, keine Ahnung, wie man das Ding von der Mühle nennt, ähm, sind aus Holz. Aber ich finde, das passt besser, wenn das aus Wolle ist, weil die, äh, Schwingen ja weiß sind. Ja. Mhm. Äh, würde ich das dann, äh, würde ich das dann sagen, selbst in Weiß dann, also mit Wolle dann noch machen. Mhm. Nein, ich hab die Redstone fucking vergessen. Ey, ich hatte eine Aufgabe, wie, zwei Aufgaben und ich hab eine davon verkackt. Redstone fucking Feiltür. Mhm, die Feiltür hab ich dabei. Geh nochmal Water MLG üben, ey. Was? Was soll ich mal Water MLG üben? Sieht nicht bitte anders aus. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich find's gut. Hübsch aus. Ich kann nur grad nicht, weil ich gerade noch hier festhänge. Also es sieht besser aus als Franzis Penis-Turm. Den hast du selbst so genannt, Franz. Den müsste man da unten jetzt auch so links und rechte Kuppel machen, ne? Das hab ich, das hab ich gemacht damals, weil das wollte Franz unbedingt weg machen. Aber ich find den Turm auch schön. Ah, da müsste ich mal kurz hüsteln. Hüsteln. Aber ich hab grade vor den, äh, Gedankenstau, ich kann grad nicht mehr weiter denken. Schade. Das war so krass. Ähm. So. Steine brauch ich. Ich wollte drei fackeln. Warum hab ich jetzt vier gemacht? David, wenn wir November haben, hab ich seitdem schon mindestens, keine Ahnung, dreimal sechs Stunden lang Schach gespielt. Danach hast du nen Denkstau. Da hat, da hatte ich ne, nen Hirninfarkt. Ich kann nicht in Worte fassen, wie intelligent dieser Ausdruck grade klang ist. Ein Hirninfarkt. Du, ich stell mir das mal vor. Weißt du, David ist dran, fängt an zu sabbern und kippt volle Wissen auf die Brennen. Genau so stell mir das vor. Äh, bam. Ja, er hat halt nen Hirninfarkt. Scherz damit nicht. Das kommt öfter vor im Schach. Das ist ne gefährliche Sportart. Äh. Eieiei. Hallo, weißt du, wie viele da geschlagen werden? Oh, der war richtig gut, der Witz. Mann, ich wollt grade fragen, ob die wirklich gehauen werden. Oh. Sodass die sich am Ende irgendwie so noch verprügeln oder so, wenn jemand nicht gewinnt. Was? Was hast du? Ich weiß doch auch nicht. Was hast du denn für ein Bild von Sport? Oder Spielen? Ein brutales. Nicht jedes Spiel ist wie League of Legends, Franzi. Nein? Naja, doch eigentlich schon. Genau. Jedes Spiel. Ah Gott. Ähm. Das ist ein NMN. Ist in Ordnung, du kannst mich auch duzen. Kann man jemandem mal den Annamen vom Hals halten? Mach ich gerne. Kennt ihr KZ? Äh, nein. Ich hab grad verstanden. Kennt ihr das KZ? Ja. Warum wusste ich, dass du das sagst? Weil du das gesagt hast. Kannst du, äh, kurz hier warten, dass du mich weiter angreifst? Das wäre sehr nett. Äh, ich kann das schlecht verhindern. Wie soll ich das machen? Wie geil warte es? So wie, wer ich das gerne hätte. Passt jetzt da mal auf. Der kommt nicht durch die Tür. Nein. Boah, das sieht cool aus, David. Hups. Mhm. Sieht echt cool aus. Guck mal, Franzi. So, und ich werde das jetzt machen, damit ich deine Mühle schön zeigen kann. Boah. Er ist noch gar nicht fertig. Sieht trotzdem cool aus. So. Okay. Okay. Ich hab's in den Mühleimer gerippt. Ist okay. Tod ist Sache Nummer eins. Ahhhh. Au. 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 Sind da viele Eisenschwerter drin? Au. 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 Da sind einige Eisenschwerter drin. So. Bernd. Du nimmst jetzt diese beiden Sachen bitte und wirfst sie in den Mülleimer. Danke. Was ist? So taucht da plötzlich ein Stone auf. Ich finde diesen Stone nicht witzig. Ich eigentlich schon. David. Was denn? Nein. Ey, jetzt kommt Mühlenpower. Hat dagegen nichts zu tun. Vielleicht Nudlepower, verstand ich mir. Das kann's nicht sein. Okay. Nudlepower. Wir könnten bei ganz viel TNT bauen. Ich weiß nicht wofür, aber wir könnten. Ich mach euch diese Erkenntnis vor. Ah. Für einen OP-Apfel brauchst du mehr als ein Stick Gold. Hm. Ist ja auch OP. Okay. So, ich nehme mal alles, was verzaubert ist, nehme ich raus. Und ich schau. Das kann ein OP-Apfel. Ähm, kann einer mal gucken, wie es noch, wie nochmal das funktioniert. Ähm. Ein... Eine Musikbox zu bauen. Dann könnten wir noch alle zusammen Musik hören. Ach, ey. Und dann den Part beenden. Äh. Pfff. Genau so. Siehst du, jetzt sammert er gleich. Pass auf, ich sag das. Ich seh schon. Mann, ich bin grad voll... ...verzweifelt. So. Okay. Ähm. Ah! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Soll ich einen Plattenspieler bauen, Franzi? Ja, bitte. Kann mir jemand einen Stein bringen? Ich hab keins mehr. Ich bringe. Ich bringe. Einfach nur, äh... Einfach zwei... Zwei, drei Steaks. Ganz normalen Stein. Du, 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 du. Du, 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 du. Also ich glaub, dass mein... Dass mein, äh, Thomas gerade auch so bisschen penismäßig aussieht. Guck mal hier, Dave. Und sogar noch ne Mittagssnack. Äh. Ich hab genug, aber danke. Franzi, hier. Dankeschön, Franzi. Bitteschön. Wo stellen wir die hin? Ich hab dich gern. Weiß ich nicht. Cat und C3. So. Wir haben nur zwei Schallplatten. Also zwei verschiedene. Ja, wir haben sechs, aber nur zwei verschiedene. Wir könnten einen Tanzraum aufbauen. Mit lauter Lab, es ladst du dir... Oh mein Gott. Und... Und Redstone Platten, weißt du, so parallel so... Ich glaub, ich muss noch ganz viel Farben. Mhm. Warte ganz kurz, ich zeig dir das gleich. Wie ich das meine. Pass mal auf. Der Lapis Lazio, die brauchen wir auf jeden Fall dann bald mal wieder. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist relativ selten. Du hast gesagt, das gibt's ganz oft und das brauchen wir überhaupt nicht. Und dann hab ich gesagt, doch. Und dann hab ich gesagt, nein. Und dann hab ich gesagt, doch. Und du hast dann nein gesagt. Ich hab ein Eis bekommen, wie schmilzt du vor sich hin? Was? Im Spiel oder in echt? In echt? Was für ein Eis? Hier Produktplatzierung. Achso, ich dachte, Vanille oder Ratschoko oder sowas war... Ein Magnum. Ein Magnum. Ich will grad Magnum, Magnum vorlesen. Ah! Ich bin der Tommy, Mann. Wie kannst du dich so erschrecken ohne Mist? Äh, wo machen wir den? Ich brauch leider. Wollen wir dir den Tanzclub hin? Wir sind echt... Nein, mach den aber nicht nach... Mach den aber nicht auf irgendeine Fläche, die müssen wir schon ein Haus bauen für. Ja, das Haus baue ich irgendwann. Jetzt braue ich die Tanzfläche. Sekunde. Schütze mal. Schütze mal. Schütze mal. Schütze mal. Schütze mal. Schütze mal. Schütze mal kurz. Schütze mal kurz. Wie kann ich nochmal Leiter bauen? Immer noch alles dick aus der Umgebung. Ach, ja, dick ist alles genau. Willst du kurz mehr kommen, David, damit du mit uns tanzen kannst? Äh, ich bin auch beim Bauen. Ich will damit fertig werden. Ja, wir wollen jetzt zum Part beenden. Achso. Achso. Schachbrettenmusterartig, ne? Ja, mach du den Rest. Wo seid ihr? Äh, geh zu meiner Bibliothek. Wo ist die Bibliothek? Bibliothek. 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 Oh Gott, das reicht sogar. Ich bin so glücklich. Können wir sogar noch eine Reihe ablandern. Ja gut, wo ist die? Geh einfach den Weg aus unserem Haus. Geradeaus. Ist noch eins übrig? Hörst du es mir zu? Danke. Perfekt. Kannst du David abholen, er schafft es nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo du das gebaut hast. Geh mal zur Tierfarm, David. Ja, bin ich. Ach, da hinten. Okay. So. Dann kannst du David abholen, er schafft es nicht gut. Musik an. Oder unter was ist das? Ah, hier. Unter Notebooks. Notebooks. So, seid ihr ready? Ziehen wir uns aus? Noll. So, und los geht's. Ähm, ich hab nicht nur geplatzt für meine Rüstung. Ich hör nichts. Bei mir seid ihr zwar nicht sonderlich schick, aber das ist okay. Ich hör nichts. Vielleicht hörst du nichts, weil ich noch nicht angefangen hab, du Held. h-h-h-h-h-ha-h-ha. Wohl. Der Partyhitte. Möchtest du die Einrastfunktion aktivieren? Wir haben noch was anderes, David. Keine Angst. Es ist ja noch mehr Part. Alter, es beginnt die Gruselshow. Ich möchte sie immer noch nicht aktivieren. Ja, ich hab bestimmt gleich, ähm... ...Hero Brind. Nein! Wir können Headbang. Ich will wieder die andere. Komm ich da jetzt immer wieder in den 5-Modus ran? Wer ist der Headbanger? Für den 5-Modus geht es nicht. Wo ist besser? Ja! Spinner? Ah! Ich komm ja heut wohl nicht mehr zu meiner Aufnahme. Verdammt etwas zu haben. Wie ist es auf unserer Aufnahme? Nee! Da ist er, David. Partygast. Der bekrapscht mich. Ich bin die, der im Türsteher zugleich. Oh Gott, wenn man nach oben guckt und sich dreht, einfach nur Ohrenkrebs. Augenkrebs. Ganz schnell. Muss ich ganz schnell drehen. Ihr seid über dem Schachtbrett da. Oh mein Gott, die Maus ganz schön. Oh Gott, Eskalation. Soll ich schon. Wie das aussieht, wie ihr euch das dreht. Gut, ich würde sagen, überendet eine Partygast. Ich werde schon wieder vom Partygast angegriffen. Au. Au. Hilfe. Der tötet mich, weil ich nackig bin. Der so schießt. Oh Mann, sagt sie. Okay. Ups, das wollte ich nicht. Du hast versehen die Dinge ausgeschlagen. Die Musik. Gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen. Ich werde den Part wahrscheinlich wieder in Teile splitten, weil ich sonst heulen muss. Danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.